Unser Plan für die Frühjahrsferien 2020 war eine Reise nach Sizilien. Aber Pustekuchen, Corona sagt, wir bleiben hier. Urlaub kann man natürlich auch zu Hause machen. Wir haben ein eigenes Meer. Und ins Wasser kann man auch. Ein Camping im Garten ist möglich. Und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Keiner muss frieren. Und man schläft tief und fest wie ein Murmeltier. Es gibt jede Menge wilde Tiere hier. Und einen einmaligen Baumbestand. Jeder chillt auf seine Weise. Und unser großartiges Frühlingswetter ermöglicht sogar Wintersport. Coronavirus, Kontaktverbot. Lasst euch nicht entmutigen. Macht einfach das Beste draus. und sagt, wer是 wirklich nur noch wie einими. Nahrungsbereits. Und sagen, wer ist morgens. Nein, es soll auch hier. Ja, ich muss nicht. Wir sehen uns in den nächsten Körnbläten. Ich bin entgelemmt. Trust euch nicht. Und jetzt ist es ein paar Leute. Und wir haben hier sind ein paar Leute. Und wir haben uns im Schleifern. Und wir sind etwas aus. Wie sind denn die und andere. Und wir sind die, die Floaten. Untertitelung des ZDF, 2020